Mach. Genau. Und einmal. Da. Hallo. Hackt's bei dir oder was? Verzippter. Spaß. Ja, so. Die müssten eigentlich noch funktionieren, oder? Ja, klar. Die funktionieren noch, die unendlichen Brunnen. Der, naja, nennen wir's mal nicht, Bug. Die Option ist noch nicht verwirkt worden. Die gibt's immer noch. Ich bin gerade, ob ich jetzt ganz kurz Weizen anbaue eigentlich, weil, äh, wie ich merke, braucht man doch mehr Essen als ich dachte generell. Also man braucht ja wirklich unmenschlich viel. Ah, das ist aber so ein Aufwand, ist das. Ein riesen Aufwand. Das Glas. Brauchtet man eigentlich auch? Naja, eine Nacht halten wir's bestimmt noch ohne Essen aus. Oh, da war grad, äh, hier kommt man grad durch die Map-Szene und da war ein riesen Lava-Ding mit Wasser auch noch. Cool, cool, cool. Gut zu wissen. Ich baue mal hier mal eben so was rein. So, ein bisschen was kann man ja gebrauchen. Dumm, dumm, dumm. Und verdammt viele Schafe hier. Das muss man ja mal, äh, so sagen. Hat die gar noch nie. Mega, 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 mega Schafe hier. So, die Quelle hier geben wir auch ein bisschen auf den Keks. Merken wir eben zu. So, muss jetzt eigentlich weg sein, oder? Ja, richtig. So, ist weg. Die Worte nehmen wir auch mit. Und dann machen wir hier so eine Fuhre ab. Zack, zack, zack. Ja, Sand abbauen. Adias Andreas Elsholz. Wer es kennt, herzlichen Glückwunsch. Ja, so, das reicht mir auch erstmal. Gehen wir mal weiter. Wieder zurück in die Behausung. Ach, die Sonne ist gerade mal in der Mitte. Dann könnten wir das ja sogar sogar noch schaffen mit dem, mit dem, was ich vorhabe. Hier ist nochmal sechs davon drin. Hier ist ein bisschen was davon drin. Leider kann man auch, wenn man sich Kohle so künstlich herstellt, also mit dem Holz, kann man das nicht, ich wiederhole, nicht mit einer normalen Kohle stacken. Richtig, man kann es nur unbeändern. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen noch eine Tür. Zack, hätten wir schon mal lehnt. Wir brauchen ein bisschen Wasser auf jeden Fall noch. Die Bones ist erstmal egal. Das ist auch erstmal egal. Die Wolle können wir, glaube ich, gebrauchen sogar. Wie war denn das nochmal? Ach, dafür braucht er mal Stickies, glaube ich, war? Richtig, ja. So, manchmal habe ich zwei Treppen. Die kann man, die bräuchten wir auch vielleicht. Vielleicht, ich weiß nicht, bräuchten wir sogar ein bisschen mehr. Nehmen wir nochmal zwei mit. Kann ja nicht schaden. So, wie sieht es mit der Kohle hier aus? Das hält noch eine Weile, alles klar. So. Achso, wir brauchen auf jeden Fall, eine Sache ist ganz wichtig, wir brauchen die Dinger hier. So, boom. Boom, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Machen wir mal aus Cobblestone. Glas ist gerade in Anmarsch. Gut, fangen wir einfach mal an. Ich mache erstmal nur ein kleines Beet jetzt hier hin. Verpisst euch. Verpisst euch hier alle. Hier will ich bauen. Ach, da habe ich nochmal ein Placid gefunden. So, wie machen wir das denn am besten? Hier einmal. Hier muss nochmal Glas hin. Da, 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 da. Ich glaube, ich werde nicht mit dem Brunnen in Kontakt bekommen. Ach nee, ist ja gar kein Problem. Ja, ich weiß nicht, wie groß das jetzt machen soll. Ich mache einfach mal ganz kurz. So, nach kurzer Überlegung fällt mir auch schon auf, ich bin doof. Mache ich nämlich nicht so, mache ich nämlich anders. Ähm, da, da, da. Machen wir mal. Hallo. So, das machen wir zu. Hier kommt die erste Wand rein. Dann kommt hier das rein. So, dann kommt das hier weg. Dann kommt hier Wasser rein. Dann kommt hier wieder was hin. Dann kommt hier wieder Wasser hin. So, ich bin auch eigentlich erstmal. Machen wir hier noch ein paar Meter hin. Ach so, das ist eigentlich. Wird eh bald dunkel. Machen wir von mir aus auch hier nochmal rein. So. Ja, bade ich mal ein bisschen genau. So, das war ja Weißblämmnisfeld, wa? So. Ähm. Wie war das jetzt? Ach, das Ding machen wir auch noch dafür. Ah, 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 ah. So, machen wir erstmal das Wasser rein. Das geht ja ein bisschen schneller. So, das ist einmal hier. Einmal hier. Blub, blub. Dann hier. Und hier. Steht. Blub, blub. Darin. Darin. Und darin. Darin. Und darin. Karin. So. Fertig. Und noch einmal. Hopp, hopp. Darin. Und darin. Und einer fehlt natürlich noch. So, klar. Können wir auch hier rausnehmen. Sind ja jetzt alles unendliche Brunnen geworden. So. So, 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 so. Gehen wir mal kurz hier rein. 19. Ist ja mal nicht so dicke. Ist aber kein Problem. Oh, wir brauchen was zu essen, ey. Fuck. Mann, Mann, Mann. Der verhungert gleich, der Typ. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man kein Essen mehr hat. Also, wenn dir die alle vier, alle zehn Toastbrote da unten weg sind. Ob man dann dauerhaft Leben verliert? Ich weiß es leider nicht. Keine Ahnung. Werden wir bald herausfinden, wenn wir nicht schnell genug mit dem, mit dem Anbauen sind. So, zack, zack. Ich glaube, hier muss man, glaube ich, so rüberlaufen. Zack, zack, zack. So. Und dann müssen wir weg. Ach, jetzt auch nochmal. So. Kannst du nochmal drücken? Glück. So. Dann brauchen wir mal die Glasenblasen. Ähm. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So. Viecher können zwei hochspringen. Äh, eins hochspringen. Also können sie hier noch rüberhücken. Jetzt nicht mehr. So. So. Jo. Ja, gut. Sehr schön. Warum nicht? Ich hoffe, dass die, äh, Tonspur nicht stark versetzt ist. Weil ich nehme nämlich mit Fraps direkt auch die Audioaufnahme auf. Kann passieren, dass es alles ein bisschen, ähm, hinterher hinkt. Ich probiere das noch zu beheben. Wieder, ähm, noch ein, noch ein, noch ein Ding ins Runder zu holen. Also nicht runterholen. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit ich das, äh, nicht parallel aufnehmen muss. Oh, die Sticks nicht vergessen. Sonst, äh, passiert das wahrscheinlich so gut wie in jeder Folge. Wäre natürlich nicht so der Hit. So, wieder rein. Äh, was haben wir noch hier? Wir brauchen noch mehr Daffung. Wir haben eine Tür, haben wir auch gemacht, soweit ich weiß. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man in, ob man in, ob man in Glas Türen reinbauen konnte. So, bam. Bam. Achso, man kann einfach ja so rübergehen, stimmt. Ist ja kein Ding. So, lassen wir mal hier so sind. Ne, lassen wir mal hier, hier machen wir zu. Hier machen wir, lassen wir es offen. So, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Oh, da fehlt jetzt noch ein bisschen Glas. Wird es dunkel? Ne, wa? Ne, noch nicht dunkel werden. Wollen wir noch ein paar Minuten. So, dann bauen wir hier mal direkt mal die Tür rein. Ja, klappt sogar. Man kann echt auch ein Glas reinmachen. Ist ja cool. Bin ich ja schnieker. So, es geht halt doch jetzt unter, leider schon. Naja, ist nicht so trafisch. Wir kommen noch ein bisschen raus. Genug, genug Glas kommt noch auf jeden Fall. Ähm, ja, da baue ich gleich was. 13 Fackeln. Und wir haben auch gleich kein Essen mehr. Wir haben auch gleich Hunger, ganz klasse. Äh, ja, das kriege ich, glaube ich, noch alles hin. So, gehen wir erstmal pennen. Ich glaube, wir können schon pennen gehen. Ja, können wir schon. Dann gute Nacht. Äh, äh, äh. Und ja, das Gen war nicht, ähm, gefakt. Das war ein echtes Gen. Oh, hier haben wir direkt mal 8 Glas wieder. Oh, bam. Jetzt machen wir erstmal aber... Oh, jetzt bekomme ich hier noch ein bisschen Kripper rumgeratscht, ne? Hahaha. Ne, scheint nicht so. So, so. Einmal so still hier. Mensch. Ach, das waren schon alle. Haha, haha, haha. Klasse. War ja mal nichts. So, ja, ähm, wer jetzt interessiert, es kommt auch noch eine musikalische Unterlegung bald. Weil, ganz ehrlich, so ist es ja ein bisschen langweilig. Wird nur die ersten Folgen so sein, dass wir hier ohne Musik spielen. Reicht das schon? Ja, das reicht sogar schon. Cool. Ähm, weil ich noch keine Playlist habe. Wahrscheinlich werde ich mir die ein bisschen von Gronkh abkupfern. Der hat da ein paar ganz coole Tracks dabei. So ein paar werde ich mir da rausknüpfen mal. Na, gucken wir mal. Ein bisschen Glas bitte. Dankeschön. Glas haben wir auch. Dann haben wir auch schon mal so ein klein, naja, so ein Mini-Gewächshaus gebaut. Nur für den Fall der Fälle. Da wir auf Hart spielen, brauchen wir halt dauerhaft was zu essen. Da kann das nicht schaden für die ersten paar Folgen hier so ein kleines zu haben. Später werden wir bestimmt ein großes bauen. Ähm, mit Riesenauswahl an allen möglichen Zeugs. Ich hoffe, das wächst schnell genug. Ich gehe auch gleich mal auf die Jagd. Das ist eigentlich fertig, weil man da kann jetzt kein Vieh mehr rüberlatschen. Eigentlich. Oder was? Ne, durften sie nicht schaffen. So. So, 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 so. Nummer drei Glas. Wir werden auch später noch... Achso, das wollten wir auch noch machen. Stimmt. Wir werden später auch noch eine große, pure Sand abbauen zum Beispiel. oder auch Kabel so uns abbauen. Dann auch ein... Habe ich denn das Eisen mitgenommen? Na, ist auch egal. So, das, das, das brauchen wir. Noch ein bisschen Dirt vielleicht. Ach nee, machen wir die Arme mit Holz. Gibt es besser aus. So. Ach komm, das eine ist auch egal jetzt. So, wie machen wir das denn jetzt? Okay, machen wir es mal einfach mal billig. Billig Productions. Ah, fuck, nein. Oh, nee. Scheiße. Gucken wir noch irgendwo hier noch rauf? Ach, hier haben wir noch keinen noch gelegt. Ah, sehr schön. Ja, ist jetzt wieder kaputt gegangen. Nicht so wichtig. Machen wir später neu. Zack. Komm, hopp, hopp. Ah, sorry. Werde ich noch beheben müssen. Ich weiß. Kommt noch. So. Ah, perfekt drin geplumpst. Sehr schön. Ähm, haben wir dann noch so einen Axt, Axt, Axt. Axt haben wir hier. Sehr schön. So, den Scheiße wieder weg. Natürlich hier, natürlich jetzt eine Doberweiser. Natürlich eine Strömung entstanden. Ärgerlich. Warte, weg. Weg. So, bumm. Ach, muss man das echt so bauen. Ha, gut, dass wir uns mehr gemacht haben. Ja, ja, ja. Da sehen wir es ja immer wieder. So, kann ich eigentlich auch so lassen, was? Eigentlich scheißegal. Sieht auch nur ein bisschen komisch aus, aber ist jetzt egal. So, jetzt machen wir noch ein paar Fackeln ran. Und jetzt kommen wir auch gar nicht mehr raus. Hm. Klasse. Ach, es ist nichts passiert. Schwein gehabt. Da und da noch. Auch nichts passiert. Geil. Auf das Holz. Scheißen wir jetzt mal. So, das Wasser ist nicht mehr still. Ich hole mal wieder ein paar Wassereimer. Braucht man eh mal das öftere. Da habe ich auch direkt erstmal zwei gemacht. Wer weiß, wo man es immer braucht. Zack, zack. Und macht es mal. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich weiß es einfach nicht. Geht. Oh, klasse. Haben wir auch wieder geklärt. So, das kann jetzt hier ein bisschen wachsen. Wir haben mitten am Tag. Das ist ja ganz cool. Hier bin ich. Hier. Tür abschließen. So, zu. Wir gehen jetzt mal eine Runde. Achso, ja, wir werden auch probieren. Also, ich werde probieren, in dem Let's Play so ein paar Storys reinzubauen. Vielleicht ein bisschen witzig zu gestalten. Also, witzig wird es vor allem immer dann, wenn ich abkratzen werde. Mal gucken, dass ich da vielleicht ein paar Themen aus meinem eigenen Leben reinbaue, die ein bisschen witzig sind. Ich werde nochmal vielleicht, ich weiß es noch nicht. Also, erstmal hackt wieder die Spiele in der Runde. Werde ich mal gucken. Vielleicht werde ich auch mal ein Special machen. Also, wie Trunkenspielen und so Müll. Ähm, kommt bestimmt ganz lustig. Weil dann rabbel ich wahrscheinlich noch mehr Kacke als sonst schon. Ich brauche ja auch generell ein bisschen viel, glaube ich. Wenn es jemandem auffällt, Kommentare schreiben. Wichtig. Muss ich wissen. Wenn es wirklich zu viel sein sollte, werde ich das gerne beheben. Höhle. Ähm, so. Aber erstmal, da hinten ist Bambus oder auch Zuckerrohr. So, 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 so. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist da hinten schon oben verschwunden. Verdammt. So, so viel Zeit bleibt uns leider nicht mehr. Ich muss jetzt ganz schnell noch, äh, also wir müssen besser gesagt, alter, nur noch ein und eine halbe Toastbrote malen. Der Dieter fasst, ey, was sind denn das hier für Schafskolonie? Was ist das für ein scheiß Loch hier überhaupt? Tja, mit 1.8 kam eine Menge neues Zeug, wie man bestimmt bemerkt. Es gibt jetzt richtige Wälder, richtige Wüsten, richtige Gebirgslandschaften, die dann auch ziemlich groß sind. Wir merken es ja, wir sind seit dem Anfang des Let's Plays in einem und denselben Wald drin. Die werden jetzt nämlich, was ist das denn? Entweder waren wir das einmal oder das waren Endermen. Über die Endermens werden wir auch noch drüber sprechen. Später. Weil ich mag die nicht. So, wo ist es jetzt hier? Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Hier gibt es ja nichts. Hier ist ein Meer. Können wir mal rüberfatteln irgendwann mal. Aber ich brauche was zum Essen. Hallo? Fleisch! Fleisch! Ja. Nächst ein Dünnerladen oder ein Pizzalanden hier, wenn man braucht. Verdammt, ey. Noch ein Toastbrot. Und schon wieder ein Hacken. Was ist das denn?